Das waren die Inputs für den heutigen Wrap Up. 100.000 Euro werden wir doch irgendwie zusammenkriegen als Weihnachtsaktion. Und es sind, wie wir jetzt gerade im Handy gesehen haben, über 400.000 Euro geworden. Es ist wichtig, dass man sich dort auch wohlfühlt. Und das Prinzip werden wir immer mehr auch auf dem Kaufhaus Österreich realisieren. Viel Spaß! Guten Morgen! Im Dezember 2020 auch das Weihnachtsbusiness läuft heuer anders. Virtuelles Shoppen ist der neue Standard. Wenn alles zu ist, bummt der virtuelle Handel. Ein Tipp, bevor die Kreditkarten losglühen. Es ist wichtig, dass man sich dort auch wohlfühlt. Entscheide Weise, wem du deine Scheine schenkst. Vielleicht unterstützt du österreichische Bands. Bestell dir dafür online deinen Lieblingsmerchandise. Nur findest du den sicher nicht im Kaufhaus Österreich. Darum klick dich in den Webshop deiner Lieblings-Acts und bestell dir ein paar Platten, Shirts oder Caps. Weil die Bühnen bleiben? Weiterhin geschlossen. Darum spendet jede Bestellung ein wenig Hoffnung. Komm, setzen wir die Messlatte hoch. 100.000 Euro werden wir doch irgendwie zusammenkriegen als Weihnachtsaktion. Mach österreichischer Musik ein Geschenk. Bestell dir Merchandise-Artikel, STG, das Band. Deine Lieblingsband und Supporter, was dich inspiriert, wie Florian Klank. In der nächsten Zeit werden die Spotify-Statistiken auf Social-Media-Kanälen geteilt. Aber damit deine Lieblingsband nächstes Jahr noch spielt, bestell dir einfach online alles, was es von ihr gibt. Und Herr Klank, falls sie diesen Rapper blauschen, vielleicht kann man den Falter-Webshop dazu gebrauchen. Weil nicht jeder Act hat einen Online-Shop. Darum wär ein Falter-Online-Kunstkaufhaus top. Mach österreichischer Musik ein Geschenk. Bestell dir Merchandise-Artikel, STG, das Band. Unterstütze in der Krise deine Lieblingsband und Supporter, was dich inspiriert, wie Florian Klank. Mach österreichischer Musik ein Geschenk. Bestell dir Merchandise-Artikel, STG, das Band. Unterstütze in der Krise deine Lieblingsband und Supporter, was dich inspiriert, wie Florian Klank.